Der Trillerin hat zu mir gesagt, ah wollen wir mal versuchen Pilates, habe ich gesagt, keine Ahnung, wie schmeckt das? Sagt sie, aufwärmen, habe ich gesagt, pass mal auf Mädchen, wenn mir den Pilates nicht schmeckt, dann bin ich auch nichts aufgewärmt. Ne, sagt sie, den Übungen, habe ich gesagt, bin ich Türke oder du? Das heißt nichts den Übungen, das heißt die Übungen, voilà, wir sind in Deutschland, Allah Allah, was ist das?